Das ist Tom. Am Hardis Richtelle freigeboren. In der Schlachterei. Papa, ich bin Vegetarier. Tom, so Job. Wir haben genau das Richtige für Sie gefunden. Bestattungsfachkraft? Arbeit bei uns ist sehr begehrt. Sie wollen also Bestatter werden. Gestern wusste ich noch nicht mal, dass man das lernen muss. Urne des Monats, biologisch abbaubar, sehr beliebt bei der Jungen. Und Aufträge gibt es immer. Todsicher. Was für eine Horrorshow. Gibst du mir jetzt? Scheiße.